Willkommen zu Türchen Nummer 19. Heute geht es für euch ab in die Natur. Schnappt euch dazu eure Eltern und geht einfach eine Runde spazieren. Zählt dabei, wie viele verschiedene Blätterarten ihr gefunden habt und schreibt dieses in das Kästchen Nummer 19. Ich zum Beispiel war eben am Opferberg und habe insgesamt vier verschiedene Blätterarten gefunden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017